Ich habe mir extra einen Tee gemacht für das Gespräch. Dir ist sicher was dazwischen gekommen, halb so wild. Aber beim Aufgießen ist mir ein Gedanke gekommen. Wer wohl die Entdeckung von Tee gemacht hat? Also Kräuter, die man mit heißem Wasser übergießt. Ich wäre wohl zu ungeduldig gewesen und hätte bange gehabt, dass das Wasser, was wohl mühsam über Feuer erwärmt worden wäre, wieder zu erkalten drohe. Da ist also etwas, das einfach so ohne mein Zutun besser wird, wenn ich ihm einen Moment Zeit schenke und es ruhen lasse. Fertig ist der Tee. Kann also ein Moment Ruhe und Stillstand auch eine Form von Fortsetzung und Veränderung bedeuten? Ja nun, ich meine, zunächst ist es doch eine Art Innehalten und Kraft tanken. Wenn ich beispielsweise beim Dauerlauf nicht mehr kann, muss ich kurz stoppen, um Luft zu holen und neue Kraft zu mobilisieren. Dann habe ich überlegt, was lässt mich in meinem Leben ruhen? So eine Arbeitswoche ist ja doch auch ein anstrengender Prozess. Es melden sich viele Aufgaben über die Tage verteilt an, wollen erledigt werden und wenn ich mit der Arbeit fertig bin, will ich vielleicht an meinem WG-Zimmer noch etwas ändern oder andere Dinge des Lebens zu Wege bringen. Aber warten kam mir immer eher wie eine Art Zeitspanne vor, die es galt zu vermeiden. Gehe ich zum Arzt, mache ich schließlich vom Grundsatz her einen Termin, um nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Der Hinterkopf versucht, diese Zeit zu minimieren, Wege zu sparen oder zwei Dinge in der gleichen Zeit parallel zu machen. Mir fiel auf, dass eine solche verordnete Wartezeit auch etwas ist, das mir besondere Freiheiten gibt. Ich kann nur so befreit Klatschblätter im Wartezimmer meines Arztes lesen, weil mir ja quasi gesagt wurde, bleib sitzen, geh nicht weg, wir rufen dich auf. Okay. Erst startet man aus dem Fenster und sieht plötzlich Dinge, die würden einem beim Tun überhaupt gar nicht erst auffallen. Ich sehe nun Vogelnester, besondere Wolkenkonstellationen oder zähle die Autos auf dem Parkplatz. Manchmal betrachte ich einfach nur die anderen Patienten und male mir aus, was sie für ein Leben haben und warum sie heute hier sitzen. Naja, ist es doch so, dass wir nicht nur beim Arzt eine Auszeit verordnet bekommen, ob nun im Wartezimmer oder bei einer Krankschreibung. Lass mal überlegen, eine bestimmte Zeit, in der ich warten muss. Zunächst mal der Tee. Beim Bahnfahren, auf dem Gleis oder auch während der Fahrt. An der Ampel, wenn man beim Warten auf die Grünphase doch kurz einen Blick aufs Handy wirft oder dem Navi neue Anweisungen gibt. Oder an der Kasse in der Schlange, die das Warten ja schon im Titel trägt. Vielleicht muss ich einfach meinen Blick auf die Zeiten ändern und mit einer besseren Einstellung anstehen. Ich weiß ja schon, dass der Tee beim korrekten Warten genüsslicher wird. Jetzt gerade steht wieder eine traditionelle Zeit des Wartens an, die Adventszeit. Wow, wenn diese Zeit vier Wochen lang zieht, muss das Ergebnis ein Hochgenuss sein. Schon als Kleinkind hatte ich das verstanden. Es stieg mit der Zeit die Vorfreude ins Unermessliche. Und man hatte so viel Zeit, sich in das richtige Geschenk für Freunde und Familie hineinzudenken. Jeden Tag ein Türchen im Kalender, so konnte man sich die Wartezeit auch wunderbar vor Augen führen. Etwas erwarten, ein Abwarten, Zeit zulassen und einen Genuss zu entwickeln für diese in meinem heutigen Alltag so selten gewordenen Momente. Ein Bekannter erzählte mir, dass es ihm große Freude bereiten würde, im Urlaub einfach nur einer Kerze beim Herunterbrennen zuzusehen. Tja, zunächst erschien mir das ulkig, aber ich gebe zu, ich habe es im nächsten Urlaub gleich mal ausprobiert. Hast du schon mal versucht, einen Weg, den du stets in Eile zurückgelegt hast, komplett entschleunigt auf dich wirken zu lassen? Mir fällt auf, dass Städte im Urlaub so viel schöner sind als die eigene Heimat. Aber auf Reisen habe ich dann auch immer so einen Schlendergang und viel Zeit, den Ort auf mich wirken zu lassen. Eine Zeit, die ich mir morgens vor der Hochschule nicht zugestehe. Okay, da du jetzt nicht da bist, gönne ich mir jetzt mal wieder etwas. Kerze, Sofa, Tee, Adieu. Ende der Nachricht Danke, auch deine Mitteilung bewegt das Lakum. Bis zum nächsten Mal.